Ich war vollkommen im Redenvertief, da hab ich nicht drauf geachtet. Kennen wir irgendwo her schon. Was? Hast du irgendwie schon mal gehabt? Wir wollen die Bippe hier sein. Siehst du, doch da, ich wurde gesehen. Würde mich verarschen, ne Typ? Der hat sich in den Baum versteckt. Ja, der wollte mit dem Baum kuscheln. Oh, der Baum. Oh, Mann. Das ist ein Baum. Wollen wir kleine Bäume machen? Der war ein Baumkuschler. War ein Baumkuschler. Das hab ich im Urin. Dann fährt er da weg. Tschö. Santa Blanca. Wir bleiben. Hier, frisst das. Ich treff nicht. Ich aber. Beise tot. Brück nach vorne. Ich war grad voll der Profikiller, Junge. Bumm. Voll der Profikiller, Alter. Bumm. 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 Tschüss, Sally. Kommt, haben wir. Was geht da zu tun, sterben wir. Ah, das stimmt. Habe ich dich erwischt? Ja. Es war sehr dumm platziert, aber es hat geklappt. Nein, sterbe nicht, du stirbst. Überraschung von Inten. Iiii. Überraschung von Inten. Sicher, Amigo. Bin ich dein Amigo. Ich bin Benjamin, Benjamin Blümchen. Ich habe mir gerade die Information. Ist ja noch was, ja, ne? Weiß es nicht. Ja, hier ist noch die Fertigkeitspunkt. Ich weiß, wo der Kartellboss wohnt. Und zwar links, rechts neben der anderen Spur. Rechts neben der Schwester von dem einen, die Tanser, die Mutter. Genau da wohnt er. Alter, ich habe einen ganz normalen Pistolen, äh, nicht Pistole. Und, äh, abschützengewehr, ey. Ding getötet voll, ey. Mörser, ab ins Gebäude. Wow, das war sehr intensiv, krass, Kevin, von dir. Ich bin schwer beeindruckt. Oh, ne Rebelle. Voll dramatisch, gerade gestorben. Tschö. Alter, nein, 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 nein. Uiuiui. Ich gehe dann mal. Tschö. Arbeit, Arbeit. Waldarbeit, wir müssen Holz machen. Und Kohle. Und im Berg, denn ich bin gar kein Zwerg. Kohle. Wir müssen Kohle machen. Kohle, Kohle, Kohle. Kohle, Kohle. Kohle, 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 Kohle. Ich stoppe jetzt. Das war doof. Hä? Komm. Sie sind eliminiert. Sie bewegen sich. Super. Möschst du was? Mörser. Die Rebellen um indirektes Feuer gebeten. Ich bin für mein Feuer, hast du angefangen. Soll, jetzt nützt ich nicht mehr, nicht mehr Mörsergebiet. Dann kriegt ihr Granaten. Frisst Granaten. Nein, da will die einfach nicht sterben. Explosionen. Merkschweizungen. Scheiße. Ja, was machen sie? Antwort mit dem Mörser. Ich mag den Mörser nicht. Alter. Ich bin dort. Du warst relativ neben mir. Wieso bist du nicht gestorben? Weil ich weiter gerannt bin. Ich bin auch weiter gerannt. Ich war direkt neben dir. Naja, anscheinend nicht. Hehehe. 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 Scheiße, Mörser. Mörder. Als es mir aussieht. Mörser. Hehehe. 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 Wieso behindert. Also geistig behindert. Also geistig behindert. Also nein, das soll jetzt keine beleidig... Ach man. Immer diese Leute. Hilfst du. Hehehe. Hehehe. Ich weiss. Geist wie ne Zaube dann, ey. Hehehe. 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 Elekrotarbe. Hehehe. Hehehe. Du wüsste. Ich will das mal sehen, wie das aussieht. Weißt du? Da kommt ein Gegner. Das sieht so bescheuert aus. Da kommt der Gegner. Oh yeah. Hallo. Oh yeah, ich hab den Beat. Oh yeah, Beat, Beat. Okay, ich bin vorhin zweiter. Rum. Rum. Rum, 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 rum. Hier, wir müssen da hin. Wohin? Fertigkeitspunkt. Soll ich den, die wir eigentlich haben wollten? Weiß ich nicht. Aber hier sind wir jetzt in einem schönen Waldgebiet. Ich mag das. Ach, dieses Waldgebiet ist set. Ja, toll, direkt drüber. Hä? Ich kapier das manchmal nicht. Was? Wie ist das mit der Entfernung? Das muss man dann hochziehen, niedriger. Wo haben wir jetzt bitte das Auto hingepackt, das ich bestellt habe? Das weiß ich nicht. Das kommt von alleine. Ich weiß nicht. Einen Moment, Leute. Ich hab die Straße gefunden. Aber kein Auto. Wollt ihr mich verarschen? Gib mir mein Auto, da ist das Auto. Jawohl, ich hab das Auto gefunden. Hm. Okay, ich werde jetzt erklären, wie du sterben wirst. Sterben wirst, okay? Nee, war ich im Spiel, oder was? Nein, jetzt hier. Jetzt insgesamt in Movie Life. Nimm mir bitte den einfaches Buchstaben deines Geburtesmonats. Ähm. Das weiß ich. Aber. Du wärst zu Tode erschreckt, und zwar. Durch Geister. Ich. Wie kommst du jetzt auf Geister? Ich werde mit Aids infiziert. Ja. Ich hab den Scheiß-Zong. Du bist Freddy Krüger. Was? Du? Mit Aids infiziert, du bist Freddy Krüger. Haha. Dann weißt du der Aids. Du find ich bei uns eigentlich schöner. Ja, ich auch. Das war ja bei dir, oder? Ja. Cool. Haha. Du bist halt. Du bist halt. Haha. Nein, das find ich nicht. Haha. Das find ich nicht nett. Nicht, John. Blinder-Sniper-Schuss. Also. Was machst du überhaupt? Ja, ich war grad eine Sache am Lesen. Die mir geschickt wurden. Wer schickt dir sowas, ey? Ich meine nicht. Oh, Mann ey. Hallo, die ist in dem Alter, wo das cool ist, ja. Wenn man sowas verschickt. So was machen die Kalt? Nein,wiad sie liebe. Ich habe nehm die frustrierung, ich habe im Werber einen Tag, oder? Nicht das ich weiß nicht was du meinst warum denkst du ich wäre schweizer nur weil ich das ehrlich sagen kann ich bin doch kein schweizer ich bin voll der deutsche die leute wenn irgendjemand das hier gucken sollte würde den stream von uns schauen ein stream select kronk zwölf stunden stream wird einfach alle töten erst jetzt ankomme aber ich muss furzen antwort doch nein danke du musst genau nachladen in der tat war ich die rettung von kevin munition und die munition mag mich haben wir motorräder wir haben ein motorrad hier mal nicht können wir nehmen den heli wir haben ja keine zeit hier wo müssen wir hin also uns fehlen noch zwei waffenkisten zwei zubehörkisten drei händspunkte und ein bonus ordnen sowie sechs kieser teil flieg du mal nehmen wir erstmal ups ich wollte markieren und nicht wegdrücken hier das was machst du denn auch bleibt auch ein mikrofon ja jetzt hört er mich ja wieder ich wollte eigentlich was vorbereiten dass ich so zwischendurch immer vorlesen kann aber habe ich vergessen erschießen ja kann ich gerade nicht erwischt denn ich muss zurückfliegen bleib stehen rakete im anflug nein waren wir getroffen ja ich lebe noch ich bin grau ich bin tot es ist manchmal komisch du optisch gesehen bist du ausgewischt und trotzdem wirst du getroffen manchmal bist du erwischt die rakete ein volle möhre optisch und nix gut wir können auch sagen dass wir dann nix mal weitermachen ja ok machen wir das jetzt mal 7 minuten wenn du bist du schuld du hast mich vielen mal gekillt das könnte sein ich nur zweimal ich habe eigentlich auch zweimal gut du hast mich dreimal gekillt hä? dreimal wann habe ich dreimal gekillt? bestimmt hast du das ich habe nur zweimal das denke ich mir nicht aus seht ihr leute der hetzt euch gegen mich auf ja ok ist gut ok gut dann machen wir mal kurz Statistiken ja ok ist gut Statistik und dann müssen wir auch die neue erscheinung machen ne? nächstes mal so ich bin wachposten rekrut keine ahnung warum tötungsentfernung 60 m im durchschnitt 50 m 13 % taktisch 25 47 % lautlose eliminierung 48 da hole ich auf 8 minuten lebensdauer jawohl 402 m 367 15 % 22 211 kameradin ja warum wohl? weil du öfters stirbst ne weil du mich selber tötest du tötest mich weil du mich ja wenn ich so oft dass es was hast du denn? 176 nur das ja siehste das kann ich nur daran liegen 110 4 minen kills 111 eine stunde 40 an der drohne 2 stunden 43 in der drohne 817 in der luft 2 250 in der luft 923 am boden 1844 am boden hey wir sind so oft gerade mit dem motorrad gefahren es gibt nichts auf dem boden größtenteils nicht auf dem boden? ja ich weiß nicht 67 sprünge 77 sprünge 74 sprünge und dann anpassen noch aussehen die erscheinungen ändern gut dann machen wir jetzt zufälliges outfit und auch geht doch bei mir auch ich hab ein zähl so aus ey wo soll das wie du da liegst wie so ne schwuchte das liegt doch einfach nur hier wie so ein schwuler lagst du da warte wie geht das nochmal auf den rücken legen hii wie ging das nochmal bula hey warte warte mal warte 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 lass dich so sa** wie so ein shooting model hyi hii warte warte wir gucken uns was du gegensätzlichVID an so ach man hei ha 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 how are youO Ein Glöto Oh lean hi w OC Im Rophone die w OC das ist so gescheuert aus oh man ich bin total männlich leute das muss mal gesagt werden ok leute wie es mit dem buschmongos weitergeht wie es mit den leuten im busch weitergeht seht ihr bei dem buschmongos nicht an uns vorbeifahren was machst du so ich denke so sieh mir in die auf die sieht genauso aus wie sonst auch immer ich finde genauso an zu lügen wie wir gemein hey ok das war's bis zum nächsten mal tschau tschau tschau